Wenn du eine neue und junge Führungsgraf bist und dich weiterentwickeln möchtest, bist du bei uns genau richtig. Schau dir diesen Clip an und sag uns, was du dazu denkst. Wie funktioniert denn Kommunikation mit mir und meinem Team? Und da sind jetzt quasi diese sprachlichen Dinge noch gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Es geht eher darum, lasse ich meine Teammitglieder ausreden? Stelle ich Rückfragen? Nehme ich Feedback auf? Auf moderiere ich sinnvoll oder wie du sagst, ja fahre ich über alle drüber oder lasse ich da Fragen gar nicht zu? Also da geht es jetzt gar nicht in erster Linie, geht es gar nicht darum mit, wie formuliere ich Sätze? Spreche ich zu schnell, zu langsam? Habe ich viele Pausen? Wie auch immer. Sondern erstmal, wie passiert denn überhaupt die Kommunikation in einem Meeting, wo ich vielleicht vorher schon überlegt habe, dass es ein bestimmtes Ziel dabei geben muss? Also wir auch gerne sagen, ja, idealerweise geht man nicht in ein Schuhfix oder ein Meeting, ohne dass man weiß, was der neue Status nach diesem Meeting ist, ja. Also man muss das ja irgendwie dann quasi angleichen können, wie hat das Ganze jetzt funktioniert während dem Meeting. Also es wird natürlich sehr schwer sein, etwas zu evaluieren, wenn ich einfach in ein Meeting gehe und sage, hey übrigens Team, wir haben morgen um 10 eine Besprechung und dann gehe ich einfach hin und sage, hallo, ja wir haben jetzt Besprechung und dann beginne ich einfach irgendwas zu reden und weil ich glaube, es war wichtig, ja. Also man muss das natürlich irgendwie schon in einen Rahmen setzen, den man auch evaluieren kann, aber primär würde ich sagen, geht es erstmal darum, zu verstehen, wie denn diese Dynamik vielleicht in dem Meeting läuft. Also man muss das ja, ich glaube, es war wichtig, dass es nicht so gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020